Einen schönen kalten Abend, die Herren. Ich bin Dr. King Schulz. Was denn für ein Doktor? Zahnarzt. In Ihrem Bestand befindet sich, wie ich höre, ein Exemplar, das ich sehr gerne erwerben würde. Wie heißt du? Schenko. Dann bist du genau der Mann, den ich suche. Hey, unverkäuflich! Ja, und wenn das so ist? Bitte, nein! Wenn ich du wäre, würde ich mir den Wintermantel da holen. Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, umso höher die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Wie die aussehen, weiß ich. Sie hat meine Frau verkauft. An wen weiß ich nicht. Du hilfst mir. Ich schenke dir die Freiheit und wir ziehen los und retten deine Frau. Wohin gehen wir? Voll ins Schwarze. Kommen Sie zu uns, wir haben gerade einen Kampf laufen. Das ist ein hübscher Spaß. Coco, versüß mir den Tag. Du bist also wirklich frei? Ja. Sag los, du ziehst dich freiwillig so an. Was für ein Zahnarzt bist denn du? Kanonen weg oder ihr seid tot. Gefällt mir, wie du stirbst, Junge. Meine Herren, Sie hatten bereits meine Neugier geweckt. Jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Wie heißt du? Django. Das D ist stumm. Seid ihr fertig? Wir hätten gern den ganzen Platz. Feierabend. Wir sind fertig. Nein, sind wir nicht. Wenn ihr den Platz haben wollt, müsst ihr drum spielen. So machen echte Männer das. Ihr wollt also drum spielen? Stottere ich. Die ziehen uns nicht die Hose aus. Wir haben nichts drauf. Zum Valentinstag alles Gute. Und dir auch mal. Ich lasse euch beide besser allein. Ich ruf dich an. Oder nicht. Bleiben, Männer. Draßen ist die Hölle los. Pack die Autos ein. Das ist meine Autos. Okay, wo ist das Fenster?